Sag mal, wie kann ich eigentlich erkennen, ob Motorradbekleidung sicher ist oder auch eben nicht? Motorradbekleidung wird in fünf Sicherheitslevel eingeteilt. C, B, A, Doppel-A und Dreifach-A. Ah, okay, und was gehört zum Beispiel zur Klasse C? Level C steht für einfachen Auftragschutz, zum Beispiel bei einem solchen Protektoren-Helm. Okay, und was gehört zur höchsten Sicherheitsklasse? Zur höchsten Sicherheitsklasse gehören Lederkombis mit Protektoren. Vielen Dank, jetzt bin ich schlauer, aber für die ganzen Infos folge ich dir gleich mal. Danke, hast du jetzt noch eine Frage?